Willkommen bei GTA Online. Mit Triple D und FreshFiles. Moin Moin. Und Tommi. Oder Tommi. Wir wissen es nicht. Aber Tommi fährt halt nicht weg und wir fahren halt weiter auf die Schanze zu und da passt nur einer hoch. Ach du heilige bitte schafft das. Ich chance nicht. Hat funktioniert. Ich schaffe das nicht mal. Wie kann man denn gegen something gegenfahren? Mensch, Mensch, Mensch. Ja und die Haftbombe in der Hand hat. Oh nein. Oh nein. Wie kann man... Oh nein. Die wollen gerade lästern und dann falle ich auch rein. Dann fährst du auch da rein. Sehr schön. Achtung links an der Seite ist ein Loch. Er will mich direkt hochladen. Die Sache ist sicher zu dem Punkt noch gar nicht. Ich bin da mega drüber geschampt. Also hättest du gewollt hättest mich easy hochladen können. Oh da kommt gleich ein Flipdingsgedöns. Flipdings? Oh verdammt. Oh Mann. Was ich mich halt frag, wie kann man da gegenfahren gegen so Dinge? Ja das hab ich mich auch gefragt ey. Oh. Hast du gesehen? Das Flipdingsgedöns? Ja. Ernsthaft Hiro? Hiro. Das ist Basti. Er hängt einfach da drin ey. Ich hab dir gesagt, ich hab's gesehen. Haha. Außer direkt verkackt. Oh was mach ich da? Was macht er da? Ich denke mal fresh ist Tomi. Alter. Ja ich hab halt auch gedacht das ist fresh. Tja ne. Ist ja eigentlich logisch, der kann's halt nicht. Haha. Alter. Hi. Hi Miro. Was geht denn? Hast du noch Annäherungsminen? Ja ganz viele, aber das bringt halt dir nix. Oh was mach ich hier? Ich bin runtergefahren einfach. Ach. Wie soll man den Flip schaffen? Hast du den Flip noch nicht? Nein. Alfa da reinfahren und fahren durch? Dann kann ich wirklich ein paar Annäherungsminen legen. Ja aber die Spirale ist auch immer. Da lag natürlich eine. Direkt im Looping ey. Jetzt hab ich den Flip bin aber danach zu weit. Jetzt hab ich den Flip bin aber danach zu weit. Dann sollte hier ne Annäherungsminen gelegen, weil ich direkt die Augen erheißen. Was soll dieses Stopp? Oh Scheiß. Oh hier kommt Tomi. Könnt ihr ja mit euren schwulen Scheißwagen zusammen fahren? Wir fahren hier vorne. Wie viel zu wissen du in der Spieleliste jo? Zweiter gleich, wenn das so weiter geht. Ne? Ich tolze Typ mit dir einjenige. Ja ist ja nur ein Punkt vor mir ne? Oh am Looping liegt eine. Ehehe. Ernsthaft? Ja ich hab da genau ne neue hingelegt. Jetzt sprengst du aber alle hoch. Uh. Und hoch hier. Tja vielleicht so ist das wenn man ganz hinten ist ne? Schade aber auch. Riese. Woah. Alter. Hier liegt doch ne Frau ein. Kannst du doch wetten. Ich hab leider keine mehr. Ein paar hab ich noch. Oh Gott. Du hast Freshface gesprengt. Schade. Ernährungsminen sind halt richtig für Lappen. Ja ja sagt er ja. Ich hab nicht mal welche in meinem Inventar weil ich die extra rausgenommen hab. Ja 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 ja. Aber Tomi hab ich auch erwischt also alles gut. Bis dann immer wieder ein dritter. Naja das wieder weil er die Spirale nach oben verkackt hat. Ne hat er nicht. Er ist davor hoch gesprengt worden. Ne den Punkt hat er trotzdem bekommen. Achso okay. Ist ja eigentlich schon das Ziel. Ist ja voll lame. Oh ne witzig lande auf der Annährungsminen du Petter. Kein Spaß. Die war da richtig gut hingelegt. Alles was neu. Fick dich Hero. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Nein. Jawoll. Das ist ja auch nicht wahr. Hat Siro mal wieder kurz Verschluss verkauft? Ja er wollte mich noch sprengen. Kennen wir irgendwo ja ne? Ich wollte ein bisschen Action haben weißt du. Kennen wir irgendwo ja. Easy gewinnen. Easy. Ja komm ich hätte doch weit fahren können. Das wäre dann ein bisschen lame gewesen. Nö. Easy. Aufwärtsblickbar raus. Sind auch nicht. Nein. Easy. Wie ich das gemanagt habe. Ja das war echt nicht schlecht. Nicht wie gesagt. Das du das so managt. Weasel News. Und gerade du. War ich dran eigentlich? Ja. Ich war dran. Leute wir sehen uns gleich bei der nächsten. Und da sind wir schauen bei der nächsten Map. Rainbow Wallride. Mhm. Was ähnliches hat man letztens schon mal ne? Rainbow Wallride. Ach du heilige. Okay die Folge wird lang. Oh gehts. Wir haben Sterne. Ernsthaft. Ich hab keine. Okay. Verbinden wir uns gegen die Cops. Du hast echt keine Sterne? Keine. Ich hab das Airfield. Ich hab einen Hangar auf dem Airfield. Deswegen hab ich keine Sterne. Oh du. Ach so. Krass. Sandwich. Wollte ich eigentlich runterschubsen? Nein. Sandwich. Oh. Schade. Ich hab den Punkt. Raketenwerfer. Wahrscheinlich. Scheiße. Nicht so. Ich lass Fresh erstmal da oben rumkrumen. Ach komm. Ich will Fresh erstmal rumkrumen lassen und Tomi rammt mich erstmal weg. Nice. Toll. Aber bisher kommt auch noch keine Polizei. Nein. Und da fahren die alle rumkrumen. Ich hab das ausgemacht oder so. Was passiert? Probiert Tomi da ey. Da unten steht einfach. Da. Ein Helionjet oder was? Ein Heli steht da. Als ob du dir jetzt den Heli holst ey. Du Lappen. Ja. Also eigentlich wärs schon lustig. Irgendwie wärs ziemlich schlecht. Aber lustig wärs. War ziemlich schlecht. Erstmal. Ja. Ich wurde getötet von nem Polizisten. Echt? Ja. Schade aber auch. Hätte gegönnt. Okay jetzt. Ich hab jetzt den Punkt. Und stand hier mit Raketenwerfer oben. Ach fuck ey. Und er ist im Heli alter. Wer ist im Heli? Wer ist im Heli? Wer ist im Heli? Echt? Weißt es nicht. Ich bin nicht im Heli. Versteh ich nicht wer im Heli ist. Du! Boah. Er trifft nicht. Nein! Du hast ihn! Du hast ihn! Da ist der Heli! Der Heli hat sie alle. Ich hab halt trotzdem nen Punkt. Der Heli ist lacke. Also ich versteh nicht wer im Heli ist. Irgendwie war das dumm jetzt was ich hier gemacht hab. Du bist im Heli oder was? Nein nein. Er ist echt im Heli. Ja ja. Ich glaub ich mach mal ein paar Punkte ne. Hör auf. Hahaha. Wer fliegt die ganzen Map auf alter. Das ist halt echt so. Richtiger Assi. Ey hier kommt man nicht raus. Ernst du? Boah hör doch auf! Mit Raketen. Weißt du er nimmt den Heli und dann zieht er mich noch ab hier. Wo müssen wir denn her? Hin überhaupt? Hier oben. Flak! Alter ich fahre unten rum statt der Punkt der unten. Oh Mann. Das war lustig. Vor allem ich könnte einfach einsteigen weil ich einfach keine Sterne gekriegt habe. Du Lacker. Äh wie kriegt man den denn? Einfach hoch hier. Jetzt hab ich auch Sterne bekommen. Den lilan da mein ich. Nicht explodieren. Boah. Ach verdammt ey. Oh dieser Wolf hat das so unsmooth gebaut ne. Geht einfach gar nicht klar. Geht aber schon. Ich fahr schon eigentlich nicht weiter. Wenn du nur so viel Speeds kriegst dann hast du das voll nicht mehr unter Kontrolle. Und ich hatte ihn ne. Ach ist der Scheiße gebaut schon wieder. Ich hatte ihn und fern halt obwohl der war ein Punkt. Dann hab ich nichts gesagt. Ich dachte gerade. Weil oben halt dass das nicht auf die Plattform fliegt sondern einfach irgendwo anders sind. Ich hab diesen unsmoothen Looping nehm ich mit. Ich bin ja kein ehrenloser Mensch. Ach dieser unsmoothen Looping funktioniert nicht. Ehrenlos ist schon alleine dass du keine Sterne hast. Ich hab Heli genommen. Der Heli ist easy. Was ist denn das für ein scheiß Waridea. Ja ist nicht und smooth ne. Da kommt ein Heli an. Oh ich hab den Punkt weggekriegt irgendwo. Achso ich war fast alleine. Wo sprichst du denn da lang. Ah er cheatet wieder. Hast du den Looping doch nicht nehmen? Er cheatet. Weil ich genau. Weil ich genau gewusst habe. Ich hab den Looping schon mal gefahren. Der Looping war halt scheiße. Ich hab ihn nicht geschafft. Hast du ihn denn geschafft? Die Helis knallen mich einfach. Nach der Hälfte bricht er halt ab. Weil du es nicht schaffst. Hälfte bricht er halt ab. Ohi. 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 alles voll die ordentliche hier hat selbst mal vergangen jetzt nicht mehr verstehe nicht wo ich bin ich verstehe nicht wo ich bin natürlich sicher doch komm schon man das doch scheiße vor allem muss alles neu machen die ganze ganze scheiß röhre auch das nervt dann liegen genug das ding ist hart nervig muss die spiralen runterfahren weiß ja nicht wer erster ist rein aber easy lacker des jahrtausends sagen wer lack hatte und einfach nicht zu gewohnheit wird naja dann nennt man das kill du hast ja kein jetzt war ich oh hat der glück dass er glück dass er genau in diesen scheiß punkt reingeflogen ist ich bin genau in diesen scheiß punkt reingeflogen ja auch fresh der ist ja auch explodiert ich bin auch das erste mal explodiert als ich daher war hä wie soll man das schaffen und voll in der spirale darunter irgendwie was denn schaffen ja verrate ich dir jetzt direkt was denn schaffen was denn schafft hat echt fast welchen punkt weil waren jetzt so schwierig ich hab jetzt nicht gekriegt ja jetzt nach 534 versuchen mindestens aber gerallt habe ich auch noch nicht was man da machen muss muss oben gegen seine plattform klatschen glaube ich ich bin auf den weg ach scheiße ich bin zu weit gefühlt ich kriege diesen scheiß punkt überhaupt nicht die speed sind ein bisschen zu krass einfach geht was ist das wie soll man den entkriegen einfach gerade hoch ja tue ich aber dann lenkt er immer nach rechts und nach links wegen dem scheiß ding an irgendwelche speed ding an ich bin nicht drauf alter was ist denn ich bin nicht drauf was war das wer ist hier schon wieder in wasser sie kopf komi hier kommt der genuss der hat kleine wichser ach man was mache ich denn jetzt? Oh, dich hättest aber fast gestoppt, ja. Jetzt fackt der Typ hier noch ab. Unglaublich. Alter, dann flüchtet er da auch noch rum. Flüchtet da auch noch rum. Naja. Da ist schon wieder so ein Punkt, der ist ja wieder mega nervig, weil er einfach nur Lucky ist. Da vorne ist er. Ach komm, ey. Ich hasse solche Sachen, ganz ehrlich. Könnte ich jetzt wieder eine Time-Level-Chance machen. Fun fact, das war ich gar nicht, das war Tomi. Echt, bist du schon im Ziel? Nee, ich bin hinter dir. Ich hab's halt beim Wegfahren verkackt. Alle im Ziel jetzt, oder was? Nö, ich schaff diesen Punkt nicht. Das ist halt absolute Glückssache. Du bist beim zweiten Speed einfach kurz vorher übel zu bremsen. Ja, hab ich, hab ich, aber trotzdem. Ich hab gar nicht gebremst, ich bin nur Full-Speed hoch. Das ist halt wieder so ein Element, das wieder absolut random gebaut ist. Guck mal, das auch alleine. Ja, warum? Und dann Full-Speed runter. Die Map war nicht so geil gebaut. Die Map war nicht so geil gebaut. Wir waren dran. Ich? Immer noch? Ja, immer noch so. Echt? Immer noch? Seid ihr sicher? Ja. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut bei den zwei Spackos vorbei. Lasst ein Like da. Bis dahin. Hau rein. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.